Ich glaube das sind Leute die einfach nach GTA Online Streams suchen und dann festgestellt haben, dass wir deutsch sind. Jetzt gehen wir auf 88 runter. Sehr gut. So. Ah, ramm ich nicht. Geht mir weg. Geht mir bloß weg. Oh, Farbenfuhr aber hier. Schön. Oh, fuck. Oh, Alter. Es ist alles Chaos. Oh, fuck. Wer fährt den gelben Sportwagen? Fuck. Oh, scheiße. Ey, elf Leute, das ist heftig. So ein großes Rennen hat ich glaube ich noch nie. Ja, muss ich mal mit 16 Leuten machen und dann mit Super Sportwagen. Das ist echt cool. Das stelle ich mir gut vor, ja. Oh, Alter. Immer diese Rammer, das ist doch nicht zu fassen wirklich. Was geht mit euch? Forscht von euch. Was ist denn da los? Leute. Fuck. Äh. Oh, ey. Fuck. Fuck. Wem hört denn jeder eine Schwuchtelkarre? Fuck. Jemand wollte gerade hoch hinaus anscheinend, ja. So. Warte geht's. Ramm ich nicht. Jetzt ramm ich zurück. Anschieben. Ich schieb die auch gleich an, Alter. So. Ups. 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 Oh, ich hab dich eigentlich gerettet. Boah, jetzt nicht Kontrolle verdienen. Ey. Ey, wenn du schneller bist, fahr vorbei, aber ramm mich nicht, Alter. Ernsthaft jetzt. Fahr einfach links vorbei, die Straße ist breit genug. Das bringt uns beiden nix. Das ist aber wirklich so. Bei Ramm sind teilweise dann auch zwei die Verlierer, anstatt nur einer. Ja. So, jetzt kann man hier langsam wieder in normale Sphären hier. 26. Das sind doch geworzt. 400. Ja, 400 wäre nicht schlecht. Och, komm. Aber das sind alles, äh, nicht deutsch, glaub ich. Und dann... Hallo. Nicht Rammel. Rammel. Ja, nee. Da war kein Auto da noch. Oh, so ist das rot gerammt. Ey, wer ist denn der Erste? Wie viel Vorsprung hat denn der? Ja, 21 Sekunden genau. Oh, oh, oh. Das war... Ja, ein Schlumpchen fährt da einfach durch. Ja, was soll ich machen? Soll ich dem wieder ein Bild machen, oder was? Ja, was gönne ich dir? Ja, dafür hab ich jetzt gerade selbst wieder gefailt. Ganz alleine. Ah, Windschattentaktik. Shit. Man darf nicht während eines Rennen auf den Jet gucken, das ist... Ja, ziemlich. Ja, das verkehren ist noch tödlicher. Oh, oh, oh. Da kriegt jemand einen Herzkasper. Oh. Läuft nicht nur einen Herzkasper an Doppelstück. Nein! In der Fresse. Oh, ich hab den Checkpoint falsch an. Ja, so, so überholt man übrigens sauber. Ja, so. Du, Rang, neun Schläger. Zwei, zwei Runden sind's. Oh! Crew-Rang, ey, Crew-Rang neun sind's. Bist du, bist du. Das ist ja dein Crew-Rang, glaub ich, oder? Ach so. Ja, wer fliegt da gerade in der Wallachai rum? In der Wallachai. Ach! Ja, Wallachai, darin sieht man, dass er älter ist als 16. Wörter, die die Kids nicht kennen. Heute Wallachai. Wallachai. Das wär' ne geile Serie eigentlich, Mann. Ja, natürlich. Wörter, die Kids nicht kennen. Das sind ja auch, gibt's ja auch diese Spezi-Kanäle, ne? Die denn irgendwie nix anders machen als Wikipedia oder unnützes Witzen vorlesen. Und damit machen sie auch noch Klicks, Alter. Ich mein, das kann jeder. Ich kann mich auch so vorsetzen und einfach mal irgendwas vorlesen, was unten ein anderer gepostet hat. Ach ja, mach ich ja viel Flash. Okay, weiter geht's. Okay, D-Abo. Was? Nein, ich lese ja nicht vor. Ich, 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 ich... Pack es ja in meine eigenen, äh... Krankenworte. Oh, Alter, ich wollte jetzt hier nicht Bäume fällen. Was soll denn das? Ach ja, ich höre... Bei irgendeinem von euch höre ich den Stream. Da merkt man mal... Äh... Ja, das ist nicht schlimm. Nur wenn ich laut bin. Äh... Aber da merkt man mal, wie, äh... Verzögert das ist. So! Oh, Junge! Ein Artenboy! Oh, oh, fuck! Ich sterbe noch an natürlichen... Alter, das gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Wer, wer, wer... Wer führt eigentlich? Ja, hier, Impact. Den kennt man auch nicht mal, ne? Aber sowas von bald. Impact, der ist 25 Sekunden vor mir, der Sack. Warum? Warum, du Bastard? Nein! Alter! Was geht denn los hier, ne? Ja, guck dir mal den Ausbau an. Ich bin schon seit dem ersten... ... seit dem ersten... ... seit 20 Sekunden jetzt zerdeppert worden. Warte auch. Meiner hält noch durch. Aber ich glaube, fünfter wird's. Er hat jetzt schon beendet? Fuck! ... Meiner re... ... äh... ... zieht doch immer so ein bisschen nach rechts hier. Nein! Der darf mich nicht überhundern. Ach, da ist das Ziel, okay. Ja, bieg doch einfach mal ab, du scheiß Peasant, Alter. So, Fünfter gibt es auch noch ein bisschen Kohle, oder? Und der Erste hat das bestimmt richtig viel Klärstück gekriegt, oder? 1500 Ja, 7500 genau Ja, ihr habt nicht durchs Ziel gerannt Wie nett von dir Ja, ihr habt nicht durchs Ziel gerannt Ja, ihr habt nicht durchs Ziel gerannt